Hey, heute gibt es mal wieder einen Livestream und zwar ab 18 Uhr bis 20 Uhr, wieder zwei Stunden. Da habe ich doch noch dazu entschieden, auch wenn ich in der Folge noch nicht ganz sicher war, aber ich denke, wir machen es. Schaut zu dem Zeitpunkt mal auf Twitch rein und wenn ihr informiert sein wollt, wenn der Stream on geht, geht doch direkt mal auf Twitch und lasst ein Follower da, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung. Link dazu in der Videobeschreibung und dann findet ihr dorthin. Go, go. So, hallo und alle zur nächsten Folge von Skyworld. Heute, ich bin nicht krank geworden, ich habe dem Craft-Attack ja ein bisschen erzählt, ich hatte ja Fieber und Kopfschmerzen, alles mögliche, aber es ist nicht so weit gekommen, dass ich jetzt rumhuste, bis zum Gehtnichtmehr und anscheinend die volle Erkältung abkriege, sondern es hat sich wieder verzogen. Ich bin wieder eingemassen fit, also nur so nebenbei, weil die Folge gestern im Craft-Attack war ein bisschen kurz, aber wollte ich nur erwähnen. Außerdem habe ich ja am Abend dann noch einen Livestream gemacht und dann ging es auch schon langsam wieder so ein bisschen besser und ich würde gerne mal zeigen, was ich da so alles gemacht habe, was wir uns dann getastet haben, wo wir uns dann rumgebastelt haben und so weiter und so fort. Zunächst mal, das hier habt ihr ja wahrscheinlich noch gesehen hier aus der Folge, hier vorne bin ich am Crops züchten, da habe ich erstmal nicht mehr weitergemacht, ich habe mich um viele Kleinigkeiten gekümmert während des Streams und habe ein paar Sachen ausgelotet und Mobfarm verbessert, Lootbacks gemacht, was ich nicht alles, wir haben auch nicht so lange gestreamt, deswegen ist vielleicht nicht ganz so viel passiert, aber ich habe hier ein bisschen mit den Draws gearbeitet und habe mir auch noch einen Alloy Smelter gemacht, denn damit habe ich Stahl produziert, weil ich ein Upgrade brauchte für einen Draw, dieses Emerald Upgrade, wo einfach mehr Sachen reinpassen dann und deswegen habe ich nochmal das Ding gebraucht, aber das wird man so oder so brauchen und deswegen schon mal ganz gut. Das ist einer der meistgenutzten Maschinen, schätze ich mal. Als nächstes, ich habe auch ein Octatic Capacitor hier drin, nein, das habe ich nicht gecraftet, ich habe einen Legendary Lootback erstellt und diesen habe ich geöffnet und heute, meine Freunde, vielleicht werden wir es schaffen bis zum Ende der Folge, bleibt dran, ich werde heute, wenn es geht, sogar noch zwei Legendary Lootbacks öffnen. Lass mal kurz gucken, ich habe insgesamt von den Rares wieder ein bisschen was gesammelt und zwar, ich brauche 16 Rare Lootback für einen Legendary Lootback, zwei Rare fehlen noch und vielleicht haben wir bis zum Ende der Folge alles zusammengefarmt, also ich werde dann in der Folge zwei Legendary Lootbacks öffnen. Seid gespannt, ich bin auch gespannt. Im ersten war ein Endportal Frame drin und zwei Octatic Capacitors und die habe ich jetzt halt hier in meine Maschinen reingelegt, weil macht halt Sinn, wa? Ja, so, übrigens ist der Hauptwerk gerade verstopft, ja, der ist verstopft, da ist ein bisschen Crap noch drin, so. Ja, hier geht das jetzt wieder eine Runde durch. Die Solarpanels oben, ja, muss ich gucken. Ich werde mich um Energieproduktion auch noch kümmern, aber das ist gerade nicht so mein Fokus, sonst würde ich da schon weitermachen und mir andere Sachen überlegen. Aber ich möchte erstmal ein paar Organisationssachen machen. Ich habe hier ein bisschen die Items organisiert im Lager und ich habe auch viel mit den Draweren hier gearbeitet. Da können wir auch gerade nochmal hingehen. Ihr habt es gerade schon gesehen gehabt. Ich habe die Farm nochmal umgebaut, wie ihr sie auch sehen könnt. Und schwer. Ich habe, ähm, ich kann es von hier oben vielleicht zeigen, das hier ist praktisch die Farm, hier stehe ich. Hier ist die Farm. Ihr wisst ja auch noch vom letzten Mal, ich habe hier einen Ventilator, hier und hier und hier, also vier Ventilatoren, oder, ne, sechs Stück sogar. Fünf hier vorne, einen noch da hinten und hier ist nochmal ein leeres Feld, aber der hat ein Upgrade drin, das heißt, der hat beide Felder. Und auf der anderen Seite auch ebenfalls Ventilatoren, so dass die Mobs immer schön in die Mitte gedrescht werden. Des Weiteren habe ich jetzt nochmal ebenfalls geupgradet und hier hinten zwei Ventilatoren gemacht und das Wasser entfernt, so dass die einfach nach vorne gedetscht werden, wie ihr gerade hier sehen könnt. Bam, 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 wird nach vorne geblasen. Schön in die Spikes rein. Ah. Genau. Und, ähm, die Spikes sind nicht am Boden platziert, sondern an der Wand platziert und der Ventilator drückt die Mobs praktisch so, so pöh, voll gegen die Wand. Pöh, voll gegen die Wand. Und dann sterben die und unten ist einfach ein Hopper, die das einsammeln. Und dann geht das hier rein in einen Drawer-Controller, der die Items dann hier an die Drawer verteilt. Das sind praktisch alle Drops, die hier entstehen können. Ich habe ein paar freigelassen für den Fall des Falles und so weiter und so fort, aber weitestgehend sieht es ganz gut aus. Übrigens habe ich 21 Reds schon gesammelt. Ist nicht mal so schlecht. Und ja, das kann hier eben alles droppen. Normale Lootbacks habe ich hier drin. Und hier dieser Compacting Drawer, der sammelt dann die Ankommon Lootbacks ein und Common Lootbacks und craftet die hoch zu den Rare Lootbacks. Außerdem bin ich mir noch gar nicht mal so sicher. Warte mal ganz kurz. Habe ich eigentlich... So als Preisfrage. Weil, pass auf, hier sind ja drei Sachen drin. Die Common Lootbacks, die Uncommon Lootbacks und die Rare Lootbacks. Ich habe gesehen, die Rare Lootbacks, wenn wir hier droppen, gehen die auch direkt hier rein und werden nicht in dieses Konstrukt reingezogen. Weil hier sind manchmal auch welche drin. Die Uncommon Lootbacks müssten ja eigentlich auch separat hier reinkommen. Die Frage ist, ob die anixiert drin gesammelt werden, dann geupgradet werden oder ob die irgendwie noch im System kurz drin stecken. Deswegen habe ich gedacht... Ja, okay. Scheint wohl so zu sein, als ob die... Egal, egal. Egal, tut mir leid. Ja, ich bin ein bisschen am gucken. Und genau das habe ich geupgradet. Ihr seht jetzt auch, bei Stack Limit habe ich 208. Ich habe einmal 13-faches Upgrade drin. Das heißt, die können richtig gut gelagert werden, auch wenn ich mal eine Nacht AFK oder so stehe. Und irgendwo hier, genau bei der Imperium Essenz, habe ich ebenfalls nochmal ein Upgrade reingemacht. Das war dann nach dem Stream. Weil davon brauche ich immer richtig viel für die Farm. Ich habe 14 Stacks oder so. Da kann ich übrigens gleich nochmal was rausholen. Ja, also noch 13 übrig. 14 Stacks Imperium Essenzen. Und damit werden wir uns höherwertige Essenzen erstellen, höherwertige Seeds. Ich habe ja hier meine Kiste zusammen mit dem Infusion Crystal. Und mit diesem können wir dann die Essenzen upgraden zu den Roten beispielsweise oder zu den Grünen. Und diese brauchen wir halt, um bessere oder stärkere Pflanzen zu machen, die beispielsweise Eisen produzieren können. Was ist nicht alles. Dazu, meine Freunde, haben wir noch eine weitere kleine Sache ergänzt. Das war aber auch nochmal nach dem Stream dann, hier vorne bei der Smeltery. Ich werde es jetzt mal gucken, ob ich es einigermaßen automatisieren kann. Ich habe jetzt die Bazaars, die Casting-Bazaars ein bisschen höher gestellt, Hopper drunter gesetzt, eine Kiste dahinter. Und werde jetzt nur noch eine Clock anschließen müssen, damit die automatisch immer rausgezogen wird. Und ich glaube, das mache ich auch gerade mal, wenn ich dabei bin. Es gibt eine Redstone-Clock. Die sieht hier so aus. Und dafür rum eine Redstone-Fackel, vier Redstone, also fünf Redstone insgesamt. Warte, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Plus Steine. Die habe ich ebenfalls. Und da kann ich auch mal schnell diese Clock machen. Und diese schließe ich auch schon gleich. Warum müssen es Chiseled-Stones sein? Chiseled, Chiseled. Es müssen tatsächlich Chiseled-Stones sein. Hier, Ripp. Ähm, ne, Stone-Bricks müssen es aber nur sein. Clean-Stone? Okay, ja, okay, ja, okay. I see where this is going. Warte kurz. Clean-Stones habe ich hier. Stone-Bricks habe ich hier. Und dann, bitte danke. Der nimmt noch Clean-Stones. Ah, ist doch egal. Ist egal. Okay, ich muss für meinen Fehler bezahlen. Deswegen werfe ich den Fehler weg. Tschüss. Es regnet. Wunderbar. Dann kommt hier oben eine Redstone-Clock dran. Und diese wird jetzt die ganze Zeit einfach rausgießen. Wenn voll ist, dann wird der Block rausgezogen. Wenn nicht voll, dann sind die nicht voll. Ich kann aber schon mal nachlegen. Ich werde mal gucken, dass ich von der Kapazität das Ding so hoch mache, dass immer 8er-Blöcke reingelegt werden können. Ey, Quatsch. 9er-Blöcke reingelegt werden. Dass immer ganze Blöcke rausgezogen werden noch. Aber ja. Sollte es funktionieren. Dann Achtung. Jetzt gleich kühlt es ab. Genau. Und wenn es abgekühlt ist, wird das nächste rausgezogen. Nächste, 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 nächste. Solange bist du halt hier leer ist. Gefällt mir. Dann. Als nächstes. Gucken wir mal bei den ganzen Essenzen hier. Was wir da jetzt verwurschen können. Wie viel wir upgraden können. und wie wir das weiter craften können. Ich würde mal kurz rangehen und einen Großteil weiter craften. Also das crafte ich jetzt einfach mal hoch auf höherstufige Essenzen. Und ging das so? Ne, ging nicht so natürlich. Es ging hier so im 4er-Maß um das Teil herum. Kriege ich ein Stack Prudentium Org. Dann nochmal. Äh, nicht Or. Essenz. Dann nochmal. Oh, mein Hals nochmal drauf. Und diese kann ich dann ebenfalls nochmal hier. Bam, bam. Upgraden. Und dann habe ich Intermedium Essenzen. Und mit diesen Intermedium Essenzen können wir dann härtere Sachen machen. Hier. Es gibt auch Öfen unter anderem. Ähm. Der schnell ist und richtig eskaliert und sowas. Aber ich bin anfangs erstmal in Aloys Meter genommen. Außerdem kann man die dann Superium craften. Und Superium kann man dann nochmal höher craften. Also das ist hier teuer auf Doom. Kann ich gerne mal machen nochmal übrigens. Die nächste Stufe haben wir auch mal rein. Das sind 8 Stück für Superium Essenzen. Und hier würde ich dann. Alter. Gerade mal zwei rote kriegen. Zwei Supremium Essenzen. Ich halte die aber mal ganz kurz hier fest. Ich halte hier mal ganz kurz hier die Beine still. Weil ich hier sowieso überlegen will. Was möchte ich jetzt mal craften? Äh. Von jedem Seed einer wäre nicht verkehrt. Also hier von den Seeds. Gibt es ja verschiedene Sachen. Je nachdem welches Tier der Skeleton Seed. Brauche ich halt die roten. Und ein Drafting Seed. Und ein Skeleton Chunk. Und das kriegt man indem man... Mob Chunk. Oh Gott. Man muss ziemlich viel upgraden. Aber das will ich auch gerade gar nicht haben. Mir geht es darum, dass ich Ressourcen kriege. Dass ich dann die Seeds anpflanze, automatisch ernte und meine Erze praktisch durch Magical Crops beziehe. Die sind übrigens früher Magical Crops. Aktuell ist es Mystical Agriculture. Der Name hat sich geändert. Ja. Es ist auch egal, wie sie heißen. Jedenfalls die werde ich gut verwenden können. Hat mir gesagt, dass man die Seeds auch vervielfältigen kann. Indem man mit einem Tinkers Construct Werkzeug, mit der Madhawk das macht. Ich weiß, ich hatte früher einen vorigen Craft Attack. Äh, nicht Craft Attack. Früher um Sky Factory. Sky Factory 2 mit Kev. Da hatten wir das auch so gemacht, dass wir die Crops irgendwie vervielfältigt hatten. Mit dem Harvester und Planter. Weil er hat immer mehrere Seeds rausgeschmissen. Da haben wir so ein ganzes Feld vorgekriegt. Und hatten immer mehr, 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 mehr Seeds. Und, äh, ja. Das war natürlich OP. Ich würde übrigens auch mal so eine Seed-Fabrikhalle irgendwie dann hier machen. Im Bereich meiner Chunks. Vielleicht hier vorne oder so. Übrigens, keine Angst. Ähm. Es kann keiner was von mir klauen. Da ich festgestellt habe, wenn ein Gebiet geclaimed ist hier, kann da kein anderer Spieler drauf bauen. Oder mir was aus den Kisten nehmen. Oder generell was anmachen. Äh. So. Äh. Also vielleicht mache ich hier so eine Art Farm. Fabrik, die von hier bis zum Spawn geht. Hier vorne habe ich ja schon mal gebaut. So Fabrik hier vorne. So zentral. Dass diese immer geladen ist. Weil ich nicht ganz sicher bin, wenn es mehr als die neuen Chunks sind, die ich claimen darf. Also 3x3. Dann, ja. Außerdem haben wir noch festgestellt. Ich weiß noch, was in der Folge war. Aber wenn wir hier auf dieser Karte mit Shift-Links-Klick ein Feld auswählen, dann wird dieser Chunk geladen per Chunk-Loader. Hier steht dann Chunk-Loaded und Explosions generell auch disabled. Also auf dieser geclaimeden Area kann kein Group explodieren. Das finde ich auch schon mal ganz nice. Aber man kann auch Chunks laden, indem man hier mit Shift-Klick draufklickt. Und das ist richtig cool. Pro Spiele haben wir gemacht 3x3. Also 9 Chunks. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ich habe 4 davon schon mal gesetzt, um meinen neuen, die ich claimen kann. Aber dann schauen wir mal. Hier vorne habe ich dann so eine Art Fabrik vielleicht hingemacht, die hier so in etwa so verläuft. Ja, klar. Revi hat hier halt sein Ding geklaimed. Aber das... Ja, meinetwegen. Meinetwegen. Dann muss ich mal gucken, wie ich die Farm hier hinbauen kann. Oder vielleicht kann ich die hier so bauen. Den 6 Chunks. Ja, so in den 6 Chunks. Hier kann ich dann die Fabrik hinsetzen. Vielleicht muss ich halt diese Allee ein bisschen verkleinern. Aber das sehen wir dann noch. So. Und ich teste das jetzt mal aus mit dieser Mattock. Ich werde mir meine Mattock erstellen mit Tinkers Construct. Und dafür die ganzen Tinkers Tables und den Crab herstellen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Freunde. Ich habe mir da mal eine Mattock gemacht und das mal ausgetestet. Ich habe mal mit einer Stein-Mattock einfach angefangen. Hier vorne sind jetzt die ganzen Tinkers Sachen. Tool Forge, den ganzen Crab, was man halt so kennt. Und ich habe es zumindest mal mit Stein jetzt probiert. Und naja. Wenn ich damit was abbaue, halten Sie zum Beispiel. Dann hat er sich noch nicht vervielfältigt. Es kann aber auch sein, dass natürlich dann Glück drauf muss. Also Lapis habe ich genug. Der werde ich dann mal gucken. Wenn ich hier die fertigen Pflanzen abbaue. Gut, ich habe gerade rechtzeitig gemacht. Aber wenn ich die abbaue, dann haben sich die Seeds in der Regel nicht vervielfältigt. Deswegen, ich würde mal eine stärkere Pickaxe machen. Und diese dann mit ein bisschen Glück aufwerten. Und dann gucken wir mal, ob das etwas mehr bringt. Und wir auch Seeds vervielfältigen können. Weil das ist halt blöd, wenn du jeden einzelnen Craft musst. Das wird in den Umständen richtig saftig teuer. Die Farming Station ist übrigens auch ziemlich teuer. Ist ein bisschen schade. Aber mal gucken, ob ich so weit komme. Naja. Weiter geht's. So, da hinten sehen Sie einen Early Boy, welcher von einer ganzen Armee von Creepern verfolgt wird. Was auch immer das werden soll, wenn es fertig ist. Der zieht eine ganze Armee. Ist da ein Compressed Creeper gespawnt? Hat da jemand nicht richtig ausgeleuchtet? Hey, ich kann den ganzen Tag zuschauen. Ja, Achtung. Ich wollte es nur sagen, die machen kein Damage an der Insel. Er hat nämlich das Gebiet geclaimt und das ist der Explosionsgeschütz. Ja. Na, wird er es schaffen. Ich geh mal ein Stückchen näher. Ja. Also Explosionsgeschütz, wie gesagt. Mir ist auch schon einer explodiert bei der Mobfarm und... Ha! Insel ist noch ganz. Hups. Ja. Okay, hat's geschafft. Okay, hat's geschafft. Ja, easy. Stell dir mal vor, dass wir nicht drin. Da du die Chunks geclaimt hast... sind die Explosionsgeschütz... ...Geschützt. Ja, das war halt ein Compressor Creeper. Killed sie den, kommen neun andere raus. Okay, was ist dann weiter? Ich hab ne Idee, ich mach mir einfach gleich ne Steel Mattock oder so, weil die ja noch höher ist als Eisen und da kann ich mal den Elder Smelter verwenden und das, was ich hier mal durchgebrutzelt habe. Und wir machen uns ein bisschen Stahl. Und mit dem können wir uns jetzt die Mattock bauen. Beziehungsweise, ich muss vorher erst hier die Formen schmelzen. So hab ich mal Gold reingekloppt und mir weitere Formen gemacht. Einmal gießen. Oh, hier fehlt das Fawcett. Deum. Dann werde ich mal das von hier klauen, weil ganz ehrlich, ein zweites Basin, was ich automatisiere, brauche ich eigentlich auch nicht. Dann werde ich das Fawcett mal nach hinten schmeißen und hier rausziehen. So, dann haben wir hier schon... Ah ja. Oh, das Steinteil verschwindet sogar. Cool. Ich hab eigentlich gedacht, dass das immer noch da ist. Aber wenn das Steinding verschwindet, finde ich gut. Achtung. Ja, ist einfach weg. Hab ich auch nichts dran zu klagen. Meinetwegen könnt ihr das machen. Dann kommt Stahl rein. Ich weiß gar nicht, was sind die Material Kost? Zwei für so einen Kopf. Das heißt nochmal zwei. Und ich schätze mal für einen Stick brauchen wir Material Kost eins. Genau, Material Kost eins. Und hierfür auch Material Kost zwei. Also brauche ich fünf, die ich da reinschmeiße. Ja, habe ich auch hingekriegt. Und dann gucken wir mal. So, damit hätte ich auch die Pickaxe jetzt fertig. Ich habe auch schon mein gesamtes Lapis drauf geballert. Alles, was ich hatte, ging drauf. Und es sind Fortune 3 geworden. Das ist ganz gut. Ich habe noch 36 Lapis übrig. Ich habe eigentlich nicht so viel Lapis gebraucht, halt für die Zwecke jetzt. Aber, ja, da haben wir es. Und jetzt schaue ich mal, ob das funktioniert. Ich hole mal kurz meine Yee-Scanne. Und schaue mal, ob ich es schaffe, sie zu vervielfältigen. Hier mal kurz pennen. Damit wir hier vorankommen. Und damit es ein bisschen cooler aussieht. So, lass mal schauen. Hups. Zeig mal her. Ich werde die auf Maximum Größen machen, auf Erntereif. Am besten ohne sie vorher abzuernten. Beziehungsweise, ich teste es mal hier. Achtung. Ein Seed habe ich rausbekommen. Ich kriege nur ein Seed raus bisher. Vielleicht ist das Lack. Vielleicht sind zwei Seeds noch nicht so repräsentativ. Aber ich werde da mal ein bisschen mehr machen. Und? Aber nur ein Seeds noch. Kann man die nicht vervielfältigen? Ich werde ein bisschen experimentieren. Sekunde. So, also ich habe jetzt rumgetestet, rumgegossen, rumgemacht hin und her. Vier und vier, 53 Mal abgebaut oder so. Kriege teilweise ein paar Wurzeln raus. Aber ansonsten kriege ich hier nichts draus. Bei normalen Seeds hat es funktioniert. Die habe ich vervielfältigt. Aber die Magical Crop Seeds oder Mystical Dinge habe ich jetzt nicht vervielfältigen können. Also das ist ein bisschen schade eigentlich. Vielleicht gibt es hier jetzt eine Methode, die ich jetzt gerade noch nicht weiß. Wisst ihr zufällig, wie man die so vielfältigen kann, ohne sie neu zu craften? Weil diese Enferment Sense wächst ja nicht auf den Bäumen. Leider. Da braucht man ziemlich viel von. Also, wie geht das? Sagt mir mal Bescheid, falls das geht. Und dann werde ich das in diesen Folgen mit umsetzen. Ansonsten, ja, ist mir noch was anderes eingefallen, wo ich bei normalen Seeds gerade bin. Und zwar, man kann ja mit den Hühnern recht viel machen. Ja, und ich habe mich an etwas aus Sky erinnert. Und zwar, man kann ja Chicken Bait machen, sodass man sich die Hühner holen kann. There is no water in this area. Damn. Ja, das stimmt natürlich auch. Dann werde ich da mal so, dann werde ich da mal Wasser platzieren. Vielleicht irgendwie hier so in die Mitte. Dann gehe ich da mal kurz runter. Und mache mit Slabs das Ganze wieder zu. Und dann sollte der Seed da, oder dieser Köder, hoffentlich ganz gut funktionieren. Wenn ich jetzt mal setze. Animals are shy. There are too many of them here. Bloß, weil ich hier schon die Schweine habe. Ernsthaft? Schade. Die Schweine zählen anscheinend schon, das ist zu viele Sinn. Ja, dann werde ich mal eben die Schweine rauskriegen müssen. Aber ich hole dich ein. Ja, Aldi, mach das. Hol mich mal ein. Ich habe andere Prioritäten gerade. Mach mal. Let's do it. So, ich habe nicht den Anspruch, viel Strom zu produzieren aktuell. Ich möchte ein bisschen das Ressourcen erschaffen etwas einfacher machen. Ich weiß, andere Leute machen das halt mit viel Strom und Maschinen. Ich würde gerne das mit den Farming-Stations machen. Einzige glaube ich ist, dass du eine Schmelzer hast und eine Mob-Farm. Und Aldi-Smelzer und das ganze Zeug. Und jede Menge anderen Crap. Ne, ist egal. Pass auf. Ha. Das war gut. Ja, mach ruhig. Ich möchte das ja... Genau. Ja, genau. Ich mache das anders. Herze mit Pflanzen. Nicht mit Stein. Ich glaube auch, dass die Pflanzen auf Dauer effektiver sind und schneller sind. Aber müssen wir mal schauen. Ich erinnere mich nur an Minecraft Sky... Sky Factory 2 war das mit Kiff. Da hatten wir Millionen. Und wenn ihr euch an Sky erinnern könnt, das letzte Sky-Projekt, da habe ich das ebenfalls mit einem Hammer gemacht und habe dadurch Herze produziert. Und da hatte ich nicht Millionen. Da hatte ich nur Tausende oder so. Zehntausende habe ich abends mal die Caches geupgradet. Aber mit Pflanzen kriegst du Millionen. Millions and Billions of Materialien. Okay. Ja, mal warten. Gucken wir mal, ob man jetzt bald mal ein Hühnchen kommt. Das beginnt ja auch mal recht schnell eigentlich, aber... Hallo, Hühnchen. Komm zu mir. Egal. Ich gucke mal und dann sehen wir weiter. Aber erstmal habe ich hinten den Seed geplantet. So, meine Freunde. Ich werde mal kurz etwas austesten. Und zwar, ich habe ein bisschen geguckt, was für die Designs man noch so machen kann, um zumindest mit den vorhandenen Ressourcen, die ich habe, schon mal zu farmen. Also so kleine Early-Game-Farm zu machen. Es geht erstmal darum, nur die Essenzen hier zu sammeln. Und wir können uns ja noch darum kümmern, wie wir das anstellen und verwursten. Aber es gibt gleich eine Möglichkeit, wie das noch geht. Ich wollte noch mal ein paar Mechanical-User machen. Und da bin ich hier mal ran und mache ein paar von diesen Ender-Shard-Teilen. Und dann brauche ich hier solche Geräte. Und dafür brauche ich ja massig Redstone schon wieder, den ich nicht habe. Also ich werde gleich nochmal Redstone besorgen müssen. Weil, ja. Kümmern wir uns gleich nochmal drum. Mit dem vorhandenen Redstone kann man jetzt hier solche Resonating Redstone-Crystals machen. Da habe ich es mal drei Stück gemacht. Und da kann ich dann noch einen Dropper machen. Ja, meinetwegen. Und Schalter kriegen wir auch noch hin, meinetwegen. Und da habe ich zumindest mal ein paar Energie. Ich muss ein paar mehr machen. Ich brauche Redstone. Bevor ich warte, ah, okay. Redstone farmen, Dust erstellen. So, das geht's. So, da will ich wieder. Der nächste Ansatz für einen Autofarmen hat auch nicht so ganz funktioniert. Ähm. Die Watering-Can funktioniert nicht in einem Mechanical-User. Ich habe auch mal gegoogelt. Und im Vorhang steht drin, dass es deaktiviert wurde. Weil es irgendwann mal einen Bug damit gab. Und deswegen haben sie es wieder entfernt. Und die lässt sich automatisieren. Im Klartext ist es für den Arsch. Kann ich also vergessen. Und kann die Watering-Can auch rauspacken. Tja. Ähm. Das wird also schon mal erstmal nichts. Nichtsdestotrotz, im Prinzip, sollte es funktionieren. Rechtsklicken machen die Dinger ja. Aber ich werde da mal jetzt gleich ein paar Enferrum-Seeds nehmen. Ich werde mal Farmnet nutzen. Und es gibt auch einen, äh, hier Growth-Crystal. Problem ist nur, der war so teuer. Und ich komme hier gerade nicht an Prismarine-Charts ran. Diese kriege ich nämlich durch Hühner entweder. Oder indem ich Schwemmes siebe oder A in Loot-Bags. Natürlich. Den kommen Loot-Bags könnten wir auch welche rauskriegen. Das wäre eine Möglichkeit, wie wir es versuchen könnten, an den Growth ranzukommen. Ich brauche dafür fünf Stück. Ja. Oder halt, ich nehme Guardian-Essenz. Dafür brauche ich einen Guardian-Seed. Der ist Tier 3. Da brauche ich Guardian-Chunk. Und dann brauche ich Raw-Fish. Prismarine-Chart. Tier 3-Mob. Und, äh, volles Programm. Äh, ich glaube, ich rube erstmal durch die Loot-Bags. Da wird ja hoffentlich mal die Möglichkeit da sein, ein bisschen was rauszukriegen. Ich habe aber noch die Legendary-Loot-Bags. Die beiden. Die wollte ich aber zum Schluss machen. Deswegen, ja, würde ich vorher halt andere nehmen. Was habe ich denn hier? Ja, Ludwig, da ist hier noch einer drin. Aber hier habe ich mittlerweile auch nicht Neues bekommen. Ähm. Aloysmelder. Aldi, wenn du mich alles fragst, holst du mich klar ein. Wie, wie habe ich meine Mob-Farm? Ist doch egal, solange es, äh, klappt. Tja. Aloysmelder. Ähm. Ich würde mal sagen, ich werde versuchen, das nicht mehr durch Loot-Bags hinzukriegen. Kann ich aber gar nicht. Ich muss erstmal neu sammeln. Ich habe hier ja meine, äh, Dinger fertig. Spikes, äh, die Loot-Bags, äh, das brauchen wir für den Legendary-Gloot-Bag. Und die kann ich leider nicht aufbrauchen. Äh, rip early. Tschüss. Ja, mit Fans. Egal, ich erkläre dem das gleich mal, aber ich muss jedenfalls das Ding hier vorne mal umbauen. Was ich aber auch noch machen kann übrigens, ist mal die Seeds zu upgraden. Man kann nämlich die auf ein höheres Tier-Level bringen, dass die eventuell ein bisschen schneller funktionieren. Das war also meine Hoffnung. Und, ähm, um eine Farming-Station komme ich nicht rum, aber Growth-Teil brauche ich. Den Wachstumsblock und einige Dinge. Ja, da werde ich so nicht rumkommen. Ja, Aldi. Hol dir doch einen bei dir. Ey, wie oft ich den retten muss, ne? Wie oft ich den retten muss. Riolo muss schon retten. Da. Wasser setzen geht. Auch in einem ungeclaimten Junk. Ach, Leute, Leute, Leute. So, ähm, 16 Seeds habe ich rausbekommen. Aber ich kann diese noch upgraden, dass die eine höhere Stufe bekommen und, ähm, mehr bringen. Und das geht mit, ja, beim Rettungsversuch, äh, nochmal gestorben. Äh, pass mal auf. Hühner-Kacke nehme ich, behalte ich auch mal. Da kann ich so Farmland machen, äh, oder Fertilized Land, dass ich, dass die Pflanzen dort schneller wachsen. Und das wäre auch so ein Ding, was nicht verkehrt wäre. Da würde ich mich dann mal drum kümmern. Obst du den tue ich mal hier raus? Äh, das raus, das raus. Ne, das beide hier. Die Teile raus habe ich gebraucht zum Craften nur. Und, äh, ja, bei mir leckt es nicht. Leider. Leider ist ein Glück, sagen wir mal so. Also, äh, ich brauche, das kann ich auch noch was tun. Ganz viel von dem Zeug mal wieder. Ich werde nicht alle 16 Seeds upgraden können, denke ich. Ich werde mal versuchen, 8 Seeds zu upgraden. Und, äh, dann werde ich mal... Was ist los, Euli? Ich bin meine Aufnahme. Kann nicht abbauen. Ach, Euli. Ach, Euli. Ich pausiere mal meine Aufnahme. So, ich helfe ihm mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Euli hat es geschafft. Der lebt wieder. Und ich bin gerade mal dabei, die Seeds hoch zu craften. Ähm, ich werde meine kompletten Enferium Essenzen benutzen, die ich habe. Und werde möglichst viel versuchen hinzukriegen in einem möglichst hohen Tier. Und, äh, da würde ich nochmal alles an Essenzen holen, was ich auch hier vorne drin habe. Ich habe das Gefühl, dass die Lootbags hier momentan nicht so zügig reinkommen. Ups. Ja, dass ich aber zumindest mal hier eine, ähm, Essence reinlege. Ich habe das Gefühl, dass da nicht so viele Mobs gerade spawnen. Ich kann auch immer überlegen, ob ich es nicht sinnvollerweise so mache, dass ich keine zwei Legendaries öffne, sondern die wieder zu den einfachen runtercrafte. Die einfachen übrigens auch wieder recycle. Ich habe mal so einen Recyclerlein gemacht, die Items ich rausbekommen und die, die ich nicht brauche. Und, ähm, aus den einfachen dann versuche, dann die Shards rauszukriegen, die wir brauchen, um einen Growth Cube hier aus einem Growth Crystal zu machen, der, ähm, halt sinnvoller ist. Weil, ja. Würde mir mehr bringen als einen zweiten Legendary Lootback. Nämlich, ich werde mich über Nacht sowieso afkar hier hinstellen, da werden wir noch ein bisschen mehr bekommen, und dann machen wir zur Not einen zweiten später. Aber auf jeden Fall einen werde ich auf jeden Fall am Ende öffnen. Aber ich kann ja die 16 hier mal runtercraften, wieder auf die normalen, und hoffen, dass ich die Kristalle rausgehe für die Seelaternen. Weil, äh, durch Pflanzen herzustellen, ist auch ein bisschen blöd gerade. Ich würde es mal so probieren. Und wir haben noch ein paar andere Sachen zum Lootback öffnen. Das ist auch nicht schlecht. Dann wird es ein längeres Lootback-Opening. Also, ähm, ja, das ist alles an Crystals, die ich gerade habe. Die werden jetzt alle nochmal aufgewertet. Und wir checken mal, ob das klappt. So, weitestgehend habe ich jetzt... Ja, reicht das? Ja, ich schaffe es gerade so. Gerade so schaffe ich es diese Inferium Seeds. Acht Stück auf Tier 3 zu upgraden. Wie schnell auch immer das jetzt gleich sein wird, werden wir sehen. Ich kann ja immer nochmal ein bisschen Hühnerkacke einsammeln, um dann Fertilized Dirt machen, dass das dann nochmal schneller wächst alles drauf. Deswegen habe ich jede Menge Hühner mir immer besorgt. Und die kacken freundlich umher. Gell, du Huhn? Ja, da kann man was machen. So, und diese Teile setze ich mal hin, weil ich weiß nicht, ob die mehr rausdroppen oder ob die sich selbst so vielfältigen. Müsste ich gerade mal gucken. Aber in der Regel sollten diese was bringen. Und ich werde das jetzt mal testen, ein bisschen groß wachsen lassen und mal gucken, wie viel Ertrag die geben. So, also ich habe mal hinten die Seeds getestet. Und die geben drei Essenzen pro Eimer wachsen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die schneller wachsen. Deswegen, also ich mache mich mal ran und öffne mal alle diese Loot Bags. Also zumindest die, die ich halt hier... 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also, die werde ich runtercraften zu den normalen. Dann öffnen. Oder zumindest zu lang, bis ich genug von den Shards habe. Und dann schauen wir mal. Also, hier haben wir halt auch wieder vier Stück, die wir mal einzeln öffnen können. Und das dauert ein bisschen. Ich glaube nicht, dass ich hier ziemlich schnell durchkomme. Das ist eine Aufgabe, die dauert ein bisschen länger. Da kommt auch nicht so viel Spaß. Ah, siehst du? Prismarine Crystals, da habe ich schon hier. Oh, oh. Vielleicht geht es ja schneller als gedacht. Und ich kann doch noch zwei Legendaries öffnen. Wartet, 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 wartet. Ja, eine Lead. Ja, Leder. Ja. Ja, leider noch nichts. Wie ist das überhaupt hier runtergekommen gerade? So, fertiges Zeug kann ich hier. Oh, ich kann Septings recyceln. Nee, kann ich gerade nicht. Kohle. Kohle kann ich recyceln. Packing Tape, Melon Seeds, Bean, Bohnen von Random Things. Mini Charcoal. Ich weiß immer nie, ob ich das wirklich recyceln sollte, was ich bekommen habe oder nicht. und Boiled Egg. Das ist ein Essen halt. Ich habe so viel hier schon reingeschmissen. Recycled, aber immer noch nichts rausbekommen. Das ist ein bisschen disappointing hier. Naja. Okay. Ich hoffe mal, dass das schon reicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Glück hatte, dass ich das bekommen hatte oder ob die Prismarine Teile nicht gar nicht mal so selten sind. Ja, okay. Es dauert ein bisschen. Ich öffne mal ein bisschen den kleinen Crap und ich werde euch das Ergebnis zeigen, wenn ich soweit bin. Meine Freunde, ich habe es geschafft. Ich habe noch zweite Prismarine Charts rausgeholt. Ich habe gedacht, es ist eh nicht so spannend, die Dinger durchzucraften, weil da eher nur lowes Zeug rauskommt und das dauert so lange. Deswegen habe ich das einfach mal geskippt eben. Aber vielleicht kriege ich wieder genug zusammen, dass ich doch noch zwei Legendaries öffnen kann. Also, Daddy will schon mal was heißen. Ja, hier oben kannst du mal einen rausholen, einen Epic. Und, ja, mal gucken. Ja, 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 ja. Ja, ja, einer fehlt. Okay, dann habe ich es wieder. Okay, dann doch. Ich würde es nicht schocken, dann gehen wahrscheinlich doch zwei Legendaries. So, pass auf. Dann tue ich mal hier das ganze Zeug raus und dann nehme ich mal das da und das da. Mach mir meine Seelaterne. Na, komm schon. Den, 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 den. Den habe ich eine Sea Lantern. Dann brauche ich Boneblöcke und Eisen und das ist ja wohl die leichteste Aufgabe, die ich mir erdenken kann, weil Knochen habe ich, äh, 32 Stacks oder so. Also, ist schon, ist schon voll. Ist schon überfüllt. Rückt das jetzt nach oder ist das, äh, verschwunden einfach der Überschuss? Wäre cool, wenn das nochmal irgendwie nachrückt oder so. Egal, das, äh, geht schon. Also, ich werde das auf jeden Fall. Es werden zwei Lootbacks. Man hätte nämlich den einen hier vorne aus der Kiste raus. So, dann mache ich Knochenblöcke draus. Da müssen wir ja die Knochen nehmen. Ja. Und dann mache ich so ein Growth Crystal. Ah, das Eisen habe ich auch ausgetan gehabt. Hier. So, Growth Crystal. Ah, komm, jetzt bin ich im Graftingfeld. Zack, Tier 1. Und dieser Growth Crystal in Tier 1, wie ich das gelesen habe, braucht ja auch keine Wasserquelle, sondern ich könnte den einfach so entsetzen. Der macht 9x9. Um einen herum. Wie, ja, hoffentlich, oder? Bitte sagen wir, dass das funktioniert. Nee, das Wasser geht gerade weg, aber jemand sagte, dass der funktioniert eigentlich. Ja, okay, dann mache ich es eben mit Wasser. Jemand sagt, dass der funktioniert, aber dann eben mit Wasser. Ähm. Mir gerade mal egal. Ich setze mal kurz den hier hin und dann den Growth Crystal hier eins drüber. Der soll ja noch in die Höhe gehen jeweils. Und dann werde ich mal meinen Spezialseeds hier abpflücken. Die Gütenseeds, die alle nach oben fliegen, weil sie im Vakuumhopper drin landen. Inferiumseeds, acht Stück. Und die platziere ich jetzt mal hier außenrum und gucke mal, was passiert. Wie schnell wachsen die? Die sind noch nicht so OP, denke ich, aber hoffentlich zügig genug. Sonne geht auf und ich schaue mal, wie lange es dauert. Ja, 14%. Hier, 14%. Ich muss mal ein bisschen gucken und das so im Auge behalten. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht so der Oberhammer ist. Also man kann das Ding auch noch upgraden. Hier geht es noch in Growth Crystal Tier 2. Dafür brauche ich Greenhouse Glass. Das geht mit Saplings und Empowered Palace Crystal Block. Empowered Palace. Ah ja, da darf ich hier wieder so ein Ding... Ah ja, das wird ein bisschen etwas komplexer, glaube ich. 29, also ja, es könnte recht fix noch sein. Dann nehme ich mal die Anlage hier mit dem Vakuumhopper und setze die mal hier drauf. Beziehungsweise, ich tue das Ding einfach hier rüber, weil ich habe ja noch nichts, was es aberntet. Aber hier habe ich ja schon die Autonomous Activator stehen, die auch abernten. Und vielleicht geht das ganz gut. Dann kann ich mich jetzt hier mal schön AFK hinstellen und dann, ja, bekomme ich die Crops gefarmt. Und Autonomous Activator klickt und der Hopper zieht das alles rein. Beziehungsweise, ich kann das Ding noch mal einen Block nach unten stellen. Oder die Teile hier einen Block nach unten verfrachten, hätte ich jetzt gedacht. Ja, dazu. Da ein Block, da ein Block. Den Vakuumhopper mal abbauen. Das Teil mal eben abbauen. Dann das Teil wieder hier dran. Da muss noch ein fettes Upgrade auch gleich rein. Ich werde da noch mal ein Maximum-Upgrade machen. Und ich kann nicht einschätzen, wie viele bis morgen dann da reinkommt. Nach oben ziehe ich es raus. Ja. Gut. Da kommen dann die Items rein. Und dann kann ich hier wieder die Inferme-Scenzen nehmen. Und dies, das. Ihr wisst schon. Hups. So, natürlich. Hopper, so natürlich alles zuerst ein. Und ja. Und damit sollte jetzt hier rechtszügig wachsen. Und gedeihen. Und mir das Zeug erfahren. Mal gucken, wie viel da so in der Nacht zusammenkommt. Ich werde mich hier, denke ich, auf keinen stellen. Und ich werde auch noch mal ganz kurz ein paar Sachen upgraden. Nämlich Farmland. Ich kann da nämlich hier... Oder ich werde gleich noch einen Hühnerstall machen. Die Hühner sperre ich mal ein. und mache einen Hopper unter die, sodass die Hühnerkacke eingesammelt wird. Sodass ich immer mehr Farmland draus machen kann. Und ich werde es noch mal ganz kurz zeigen. Ich glaube, das reicht maximal für zwei oder so, die ich gerade hier habe. Übrigens, ähm... Knochen... Gehen hier mal zurück. Kriege ich auch wieder raus. So, alles rein verfrachtet. Ähm... Dann mache ich mal aus der Hühnerkacke ein bisschen... Fertilized Dirt. So. Und da sollte alles schneller drauf wachsen, wie ich das richtig verstanden habe, hoffentlich. Ich werde es mal testen, indem ich einfach mal die Ecke hier nehme. Ja, ich werde hier mal die Ecke nehmen. Und dann werde ich einfach mal das hier hinsetzen. Das so machen und das so setzen. Dann gucken wir mal, wie schnell der jetzt hier wachsen wird. Aber ich werde mir das mal anschauen. Ja, und das müssen wir halt noch mit allem machen, damit es zügig geht, denke ich. So, kommt her, ihr Hühnchen. Kommt alle zu mir. Damit ich hier hinten... Ah! Ein Fanskate setzen kann. So. Und in der Hoffnung, dass das meiste an Zeug, was ihr jetzt rauspupst, äh... in den Droppern landet. Obwohl, ich kann mir vorstellen, dass es teilweise an den Seiten gehängen wird. Und nicht in die Dropper reinfällt. Na, egal. Das ist erstmal für den Anfang. Hups. So, paart euch einfach mal. Macht kleine Kükschen. Und dann... Ich kann ja meinetwegen noch neue Hühner besorgen. Und ich kriege mehr Fertilized Dirt. In der Hoffnung, dass das etwas mehr noch hilft. Hier, als wenn ich es nicht getan hätte. Ich hatte nochmal acht weitere. Das heißt, ich könnte nochmal Fertilized Dirt machen. Ja, und jetzt Stück für Stück werde ich das ergänzen. Und, äh... Mal schauen. Mal schauen, wie das hier funktionieren wird. Im Wesentlichen dann noch... Dann nochmal ein Ferium, sieht es nochmal in Sätzen. Und dann... Ja. Gut, aber das sollte erstmal gehen. Mal gucken, was so nach einer Nacht zusammenkommt. Ich habe jetzt hier... 27 drin. Naja. Zumindest etwas. Muss man noch verbessern. Und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Warte mal, der Growth... Ist zwei Blöcke up or down. Checks up to... Okay, ja. Sollte dann ab. Bis zwei Blöcke nach oben und unten. Da ist das mit drin. Und dreimal drei. Easy. Also sollte funktionieren. Schön. Soviel zu der Farm an dieser Stelle. Muss man hier Thumbnail machen bald. Wie mache ich das am besten? Hier, so sieht doch gut aus. Oben links das Logo. Geht's. Ja, dann hätten wir das auch schon mal. So, dann kommen wir mal zu dem Punkt, an dem wir die Legendary Loot Packs öffnen. Ich weiß nicht, ob ich so viel Zeug verschenke, was ich rausgehe. Ich möchte die ganzen Rares öffnen. Ob das Äquivalent richtig ist, dass wir... Warte mal, kann ich hier nicht... Nee, geht nicht. Ob das Äquivalent wirklich richtig ist, die so zu... Um zu packen. Ob's das wert ist. Aber ich hab gesehen, aus den Legendary Loot Packs können auch Wither Köpfe rauskommen. Alles mögliche. Ähm, Wither zu töten ist hier nicht verboten. Nur das End haben wir gelockt. Wither braucht man halt auch viel früher. Und bei den ganzen OP-Sachen, die wir haben, ist das nicht unbedingt so, dass... Ja, dass noch was Besonderes ist, den Wither zu töten. Deswegen ist der free eigentlich. Da kann man so früh killen, wie man mag. So, und ich muss das aber per Hand zusammen craften. Mit Shift-Rechts-Klick fliegt's da natürlich nicht rein. Ups, kann ich hier mit dem Tar machen. Dauert halt ein klein wenig. Und ja, ich mach's auch nicht über... Hier drüben... Ich war einmal zuvor, das einzutippen. Aber warte mal kurz. Schnell, wenn ich hier Loot reinschreibe. Loot. Ja, okay, geht. Okay, ist noch schnell. So, und jetzt kann ich ein Legendary machen. Legendary ist das Maximum, was du kriegen kannst. Und jetzt schauen wir mal rein, was da drin ist. Die sind nämlich richtig heftig OP. Und dann sind wir auch schon beim Folgenhighlight angekommen, denke ich. 3, 2, 1. Bei Tag mach ich das. Bei Nacht ist doof. Machen wir bei Tageslicht. Bei Nacht Licht ist doof. Okay, so. 3, 2, 1. Go. Draconium Dust. Magic Bean und ne Mana-Perle. Naja. Go. Wah, 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 wah. Schade. Leider nix cooles. Man kann hier halt... Sieht man alles, was drin ist. Octetide, das hab ich bekommen. Chainsaw will ich gar nicht. Manulin und Draconium Ingrid hätte ich bekommen können. Ich hätte Wither-Köpfe. Bis zu 3 Wither-Köpfen bekommen können. Overgrowth, ich weiß nicht, was es ist. Aber es sind recht OP-Sachen drin. Also, hm, hm, hm. Aber Draconium Dust, da will ich nicht Nein sagen. Aus was kann man das eigentlich noch bekommen? Aus. Crushed Endstone kann man das bekommen. Mit dem Dia Sieb ist die Chance auf 7% erhöht. Und Crushed Endstone bekommst du, indem du mit dem Hammer Endstone zerhämmerst. Und Endstone kann man bekommen. Fluid Block Transform. Lava plus Glauston gibt Endstone. Hey, da kann man doch eigentlich recht zügig schon ran. Holy Macaroni. Und hier kann man halt jede Menge Zeug dann draus bauen. Potentiometer Dislocator Draconic Evolution Information Tablet. Dann kann man noch da die Ingots. Und aus den Ingots kann man auch eigentlich so ein heftiges Zeug machen. Später dann Energy Pylon. Aber das ist richtig Late Game, sag ich jetzt mal. Das ist echt Late Game of Doom. Die Teile sind richtig teuer. Wyvern Energy Core. Pickaxe of the Wyvern. Na egal. So ein Ding, wo wir uns mal wann anders drum kümmern werden. Oder später. Nicht, dass ich jetzt hier runtergelaufen bin. Okay. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Und Vorschläge, was man das alles machen kann, gerne in die Kommentare. Ich ziehe die mehr rein. Ich finde auch, dass bei den längeren Folgen, die ich jetzt mache. Ihr seht ja hier 40 Minuten plus. Ich finde, da kommen mehr Kommentare. Warum auch? Weil Leute mehr gesehen haben und mehr zu kommentieren haben. Finde ich gut. Schreibt mir was rein. Und ich lese so weit es geht alles durch. Versuche Tipps zu befolgen. Ich habe dir ja gesehen anhand von einigen anderen Geschichten hier. Mit Hühnern, mit Kleintipps, mit alles mögliche, was wir auch im Stream noch zusammengekriegt haben. Und ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Bis demnächst. Das Krachen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.